das Rauschen geht nicht weg Geh weg rauschen Geht doch Zack Zack Ein paar Bauern hinbauen Alter Von denen kann ich relativ viel bauen Oh, schön Blöcke Ey Ich halte dagegen So Ich glaube ich gehe mal wieder nach unten Um zu gucken Wer uns hier denn ärgert Da Alter Der braucht nur einen Ach stimmt, der hat mir Schrot Hinter dir, hinter dir Junge, Junge da Ach, Menno Oh, da war er wohl schneller Wenn die glauben Die können einfach unsere Basis so abbauen Dann Haben sie sich aber noch nie so Schlecht getäuscht So gut getäuscht Äh, mich macht gerade unsere eigene Basis kaputt Hahaha 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 Wie nice Erstmal ein Loch einballern Ach egal, ist ja jetzt auch echt Ist ja jetzt eh egal Wuhu Und Granate 1,2 Ja So Jetzt machen wir meine Stimmbarsrunde Vielleicht kommt ja jemand dazu Ich muss mal kurz gucken Ach genau, so Ja Hä Ich habe am letzten anderen gemacht Töte drei Gegner in 20 Sekunden Mit dem halbautomatischen Scharfschützengewehr Puh Okay Okay Oh Eine schöne Karte Noch nie gezeigt Ist das das halb Ja Gut Ja Wollte eigentlich hellschrauben Egal Sehr deutsch Okay Da hat er wohl getroffen Danke Danke Boah Es geht ja relativ gut mit dem Ich muss jetzt in 20 Sekunden Drei von den Treffen Schaffe ich doch nie Dankeschön Kommt Äh 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 Jo Oh ich kann Unter die Karte gucken Auch gut Äh Erstmal Das ganze Leben Scheiße Scheiße Ich baue mir jetzt genau hier ein Turm So So Komm schnell lad nach Ich muss ein paar Komm Und jetzt noch einen Letzten Dann habe ich die Errungenschaft Was Oh nein Gibt es auch gar nicht Scheiße Ja Ich habe die Errungenschaft nicht Was Was Das gibt es auch gar nicht Kommt dahinter Dein Baumhall vor Wow Da ist er Hinter dem Baumhäu Nein 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 Oh Menno Ach Neue Runde Neues Glück Komm So Gleicher Versuch Ich hoffe diesmal Es klappt es Oder Oder Aber er hat einfach noch nicht Aktualisiert So Bleib weg von mir Nein Ich ziehe jetzt nicht die Ktappenstufen Wer hat mich getroffen Ach der Okay Beute ich erst mal nach unten durch Sehr schön Älter Der ist gut Der ist sehr gut Deutsch Wir sind deutsch Glaube ich So Ey Hä Achso Woher Schreiben die da überhaupt Kann auch kein Schwein lesen also wirklich Spanisch Spanisch oder so Spanisch oder so Na komm Schwimm mal ein bisschen schneller Ähm Achso Achso Mö Geht mal weg na egal sie haben es nicht anders gewollt sie haben es quasi herausgefordert jetzt solltet ihr mal sehen was sie davon haben dreifach kill ja normal bleib weg wenn jetzt gleich einer schreibt ich hätte auto eben dann ist ja selber nicht sonderlich gut ich höre doch was wenn er gleich wieder durchkommt ach ein deutscher ist aber irgendwie cool dass so viele nationen zusammenspielen hey bleib weg hinter dir hinter dir ich schrei hinter dir und ich werde von hinten getroffen schön guck mal friss rakete frissi hä oh der stein hat mich getroffen merkwürdig da ein grüner ein grünes alien wow respekt mit einer bockhan ohne getroffen hammer also bei diesem spiel kann man auch waffen neue freischalten nur wie das ganz genau geht weiß ich selber noch gar nicht ich glaube man muss ganz viele kills mit der waffe und dann bekommt man die freund von mir hat zum beispiel die eine super schaufel freigeschaltet und damit kann er jetzt irgendwie ein paar mehr blöcke abbauen ich glaube so dreimal drei oder so gleichzeitig ui stellte sich dahin hä hä war das da oben links krass no glory ich glaube da oben drauf ist einer im schiff aber ich werde es nicht untersuchen so hier geht es nicht lang ach hier genau ey kumpel hier lang ist jeder komm kommst du super ey ey ähm hier ist ein durchgang junge aber ja super und jetzt er hoch folg mir mein leibes genosse verschwind deine teure munition nicht die kannst du noch gebrauchen denn jetzt gleich kommt fest essen achten kumpel er ist weg not hurts lo nichts was alter das ist nicht verzig da hallo auf den schiffen sind welche seht ihr die nicht da ich baue mir jetzt hier eine treppe bleib weg wenn du hier noch einmal was brauchst dann 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 ja dann dann passiert nichts aber sei gewarnt nein ich hab's nicht getroffen du sollst runterfallen kommen ich will jetzt das lange dinge abschießen na egal diese doppeldeutigkeit hat jetzt keiner mitbekommen verbindung abgebrochen diese hüpfgeräusche sind so niedlich das ist gut schön Dankeschön. Geh mal kurz weg. Dankeschön. Okay, hier geht's wieder raus. Ich komme nur nicht mehr. Oh Gott, Achtung. Geht's hier drunter lang, oder? Ne. Okay. Der hat mich gesehen, der hat mich gesehen, der hat mich gesehen. Eindeutig. Ja, ich habe ihn auch noch getroffen. Ähm, oder auch nicht. Aber ich versuch's nochmal da lang. Was baut ihr denn hier für'n Kack? Also wirklich. Das ist Kunst. Ein paar Stühle aneinander rein. Hüp, 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 hüp. Wir spielen das Hüp-Simulator-Spiel 2010. Mit mir. Das ist ein bisschen fisi, Basecampen, aber es macht halt Spaß. Das ist sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, und. Auszeichnung. Meister-Kids. Auszeichnung. Achtung. Auszeichnung für Zerstörung. Auszeichnung. Nächste Karte. Stimme ich mal mit ab. Aber ich kann eh nicht drin bleiben. Nein, ich wollte doch da drauf. Da drauf. Und da drauf. Oh. Mal eine abonnierte Karte. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht. Was ist das denn? So langweilig. Nur mit diesen komischen Waffen. Aber es ist, naja, vielleicht hat es seinen Reiz. Ey, du, bleib mal stehen. Ey, bleib mal stehen. Hallo. Wie cool war das denn? Der stand ja genau neben mir. Hä? Hä? Oben stand gerade noch drei Minuten. Geht's irgendwie nach Kills? Hm. Auch gut. So. Ein bisschen Werbung zwischendurch machen. Kann die schaden. Ah, jo, okay. Yes. Mit E. Na los, geht raus. Ihr drei. Bei A's sind doch... Ah. So, ja. Dann such mal eine schöne Karte aus. Kann's losgehen? Oh, ja. Dann ist das wieder die gleiche Runde. Geh mal, grün. weiter ist das hier gerade nice vielleicht schalte ich mir dadurch eine neue Strotflinte frei alter wieder hoch zieht einfach nur das ist krass aber wie geil das hier gerade ist tausend kleine piecher zieh nicht so hoch alter zieht voll hoch die waffen von hinten diese Geräusche sind etwas merkwürdig so ein zwei Treffer und ich da doch einstecken aber schön gebaut so jetzt wird nicht mehr fair gekämpft hallo bau dich mal durch so komm geh durch ja da oh die sind gar nicht mehr hier vorne schöne lobby eigentlich schöner spielmodus so da war ich aber schneller alter wie aber die bleiben auch alle wie eins im Team zusammen ey das ist richtig krass oh ja aber es macht Spaß wie krass das hier grad ist alter kill alter hammer wie krass ist das hier hey man sollte anvisieren gute idee boah wie geil das ist wie geil ich kann es nur noch mal noch zehn mal sagen schade schade ich habe gedacht ich bekomme vielleicht zwei da pickfight oh ja von mir aus ähm hm also mein Loch war vielleicht doch nicht so schlau alter wie gut doch der ist ja da schneller nach hm habe ich aber gerade sehr lange gehalten geht doch mal weg ich kann doch nicht leiden wozu dient der kugelmagnet die auszeichnung bekomme ich sicher gleich so sind die auf meiner karte mit eingezeichnet nein schade aber ich habe hier eine super stelle gefunden na kommt mal ran ok oh ich war im chat ok hallo alter das war jetzt aber gerade boah alter ist das krass einfach nur ich brauche leben ich brauche leben ich brauche leben und der extra schade so jetzt brauche ich mich unter ihre basis so in etwa wie es gerade auch versucht habe diese paar lächer tief und dann da rein stellen wow wo ist es denn weil der schneller hier jetzt alle dahinter jo steam ist abgeschmiert Also wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wo hoffentlich wieder Steam funktioniert. Hatte ich ja noch nie. Komisch.